Jetzt gibt's einen Massaker. Kommt her ihr Dreckssäcke, wir machen euch fertig. Also im Moment sieht es noch nicht so aus, aber das kommt schon, das kommt schon. Du klingst ja richtig enttäuscht. Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Okay, ich überprüfe die Brücke. Und damit, hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von The Last of Us. Schon, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier diese komplett fremden Leute getroffen. Und sind von einer Horde angegriffen worden. Und heute gehen wir weiter. Schauen wir mal. Na gut, lass uns zurückgehen und nach unserem Vieh schauen. Das ist vermutlich gefressen. Hätte ich jetzt gesagt. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine. Ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Oh Gott. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib mir die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Das geht doch schief. Ich kann dich beschüttern. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Kommit. Okay. Hm? 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 Autsch. Du schaffst es, Jo. Oh Gott, sie sind uns gefolgt. Nicht gut. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Lauf. Oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, die sind ja überall. Die wollen mich echt umbringen. Das ist wirklich überall, die Dreckssäcke. Ah. Geh lang. Auf Kürzung. Oh Gott. Oh, wo viele? Ich komme schon weiter, weiter, weiter. Oh Gott. Das hat mein Pferd. Nee. Scheiße. Wo ist sie? Okay. Da drüben. Dann fährt. Oh Gott. Schnau weg hier, schnau weg hier. Hier rein. Was haben wir hier? Öl. Okay. Was haben wir hier? Da ist noch eine Kommode. Oh, sehr gut. Mehr Munition und Sprengstoff. Software. Insofern. Ich würde das auch ein bisschenカフT machen. Alles, was wir jetzt habe? Oh Gott. Ich würde mich jetzt nicht machen. Wie bist du von uns gesagt? Oh Gott. Hoch, 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 Hoch. Das ist noch ein Pfeil. Sie ist hier drüben, beim Fenster. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich bin schon fast tot. Ihre Munition ist leer. Oh mein Gott. Komplett verfehlt. Sega. Wieder komplett verfehlt. Ich und meine Zielgenauigkeit. Das ist ein bisschen ja gut. Die hocken den Boden zur Hand. Wo muss ich eigentlich hin? Muss ich wieder alle umbringen? Oder wie? Gehen wir mal in die Richtung hier. Gehen wir mal da weiter. Wo ist denn das? Ja, hier weiter. Oh. Eine von ihnen haben wir auf jeden Fall. Okay, wir schleichen mal in die Richtung. Oben ist einer mit einer Sniper, den möchte ich eigentlich haben. Auf meiner Seite nicht! Sie auch nicht! Hey, hast du was gehört? Ich glaube, da drüben ist was. Hier ist sie! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Einfach weiter, einfach weiter. Okay, das war ein knappes Ding. Ich will sie noch kurz nachladen, sehr gut. Und ab hier durchs Rohr. Mal da, weiter. Mal schauen. Oh, sorry. Direkt um, geht's weiter. Mal schauen. Oh, da komm ich nicht durch. Ah, ich muss den Müllcontainer rausziehen aus dem Rohr. So, das war's. Gras. Gras. Perfekt. Und so, wie das eigentlich hier durch kann. Schauen wir mal. Ja, das funktioniert. Perfekt. Da muss ich hin. Zu dem Lastwagen da drüben müssen wir. Da müssen wir durchs Haus durch. Oh Gott. Durchs Haus. Da drüben sind sie nicht gut. Sucht alles ab. Geht sicher, dass sie sich nicht hier versteckt. Hast du was gehört? Pass auf. Nicht hier hin, da runter. Hey, hey, hey. Ich hör was. Der drüben ist was. Hier ist kein Schwein. Gut. Weiter jetzt. Oh nein. Ich sehe sie. Alle weg. Perfekt. Das hat besser geklappt als gedacht. Oh Gott. Wir sind beide erwischt. Sehr gut. Wir müssen in die Richtung. Das Gebäude können wir nicht. Die beide sind einfach komplett verbarrikadiert. Okay. Sehr viel Pistolen, Munition. Noch besser. Aber jetzt wieder aufpassen. Wie komme ich hier raus? Sieht so aus, als wären die hier nicht unterwegs. Ähm. Dann nehmen wir das gute Stück da mal ans Tor hin. Obwohl ich bezweifle, dass das der richtige Weg ist. Aber. Ne, das hat nicht geklappt. Wie kommen wir hier weg? Ah, hier. Ein bisschen blind. Ah, man hätte auch da durchs Dach reingekonnt. Aber wir gehen jetzt durch den Keller. Nein, das möchte ich auch nicht. Sehr gut. Material. Buch mitgenommen. Schauen wir uns weiter um. Hier kann man nicht lang. Aber wir müssen jetzt doch durchs Gebeide. Hier geht's lang. Hier ist noch mehr Material. Sehr gut. Angeschossen leider nur. Einfach weiter. Einfach weiter. Hier ist sie. Ich brauche Deckung. Ich gehe ran. Das war ein knappes Ding. Wo haben wir? Haben wir. Haben wir. Sehr gut. Hier die Pistole. Das geht doch nicht gut. Hier ist aber noch Heal. Und so viel Material. Das kann doch nicht gut sein. Ich craft mir zur Sicherheit noch mal ein Medikit. Noch mal eine Bombe. Und noch mal ein Molotow. So. Irgendwie habe ich das Gefühl. Da kommt eine Armee von Leuten. Komm schon. Schieben. Oh Gott. Oh. Halt spiel. Ich leite dir das Leben. Ich leite dir das Leben. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Ähm. 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 What the hell? Warum schneiden die menschlichen Körper auseinander? Es ist gerade sehr. Unsatisfied. Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Äh. Nein. Nein. Versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Wir überzeugen wovon. Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Ich hab irgendwie das Gefühl, das sind Kannibalisten. Oh Mist. Du dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Hä? Ellie. Was? Sag ihnen... Ellie war es, die dir... ...den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Oh Gott, wir werden Kannibalistenfutter. Perfekt. Ellie. Ellie. Jetzt gibt's einen Massaker. Kommt her ihr Drecksäcke. Wir machen euch fertig. Also im Moment sieht es noch nicht so aus. Aber das kommt schon. Das kommt schon. Das kommt schon. Morphium wäre eine gute Idee. So, kurz Ausseres. Wir haben noch einen Medi-Kill. Wir machen... Molotow und noch zusätzlich ein Messer. Damit wir das haben. Bombe ist noch eine gute Idee. Haben wir noch Pillen zum Upgraden? Lauschmodus Distanz. Ich möchte eigentlich auf die schwankende Waffe. Wir gehen beim nächsten Upgrade auf die schwankende Waffe. Yes, wir haben hier noch sehr viel Material. Das ist sehr gut. Oh, wir haben Shorty wieder. Yes, Mann. Yes, wir haben Shorty wieder. Gehen wir jetzt erstmal Ellie holen. Ab durch die Kälte. Hätte ich gesagt. Um die Richtung hier. Was hat sie für Waffen genommen? Wir haben glaube ich noch alle, ne? Oh, oh. Ehm. Ähm. Kurz in Deckung gehen. Gib mir Deckung, ich geh vor. Das lässt du mal schön sein. Okay, los. Gib mir Deckung. Du kannst dich direkt wieder verpissen. Wo? Da drüben rennt noch einer herum. Da auf dem Balkon ist noch einer. Ah, schau dir. Der Tank ist glaube ich leer dort. Der letzte Schuss hier muss jetzt sitzen. Ach. Gewischt. Wo seid ihr, Drecksäcke? Kurz Medikit benutzen. Shotgun reloaden. Ah, wir haben nur einen Schuss. Perfekt. Mal da in die Richtung weiter. Mal schauen. Wir gehen hier lang. Oh, ein Beil. Sehr schön. Äh, ich würde die Waffe gerne noch auf die normale Pistole wechseln. Wir laufen im Moment jetzt gerade nur mit der Pistole hier herum. Oh, was muss ich denn hier jetzt tun? Ich komme ja nicht weiter. Muss ich hier ein Pferd finden oder so? Oder was muss ich hier genau machen? Oder was muss ich hier genau machen? Hier geht's auch nicht weiter, ne? Nein. Ich bin wieder mal ein bisschen verwirrt. Wie kommen wir weiter? Weil über den Zaun... Gut, vielleicht da hinten... Vielleicht war das hier doch der Weg. Aber ich bin dann falsch gelaufen. Oh shit, er ist da drüben! Oh shit, er ist da drüben! Oh, was du bist! Oh, Taka! Wo ist sie? So oder so, ihr werdet reden! Einer ist hier irgendwo noch unterwegs. Erwischt! Erwischt! Der Schuss direkt nachladen. Der hatte nichts. Der hatte Sniper Mooney sehr gut. Sniper Mooney kann man immer gebrauchen. Uh, noch ein bisschen Öl. Noch besser. So, hier zum Fenster raus. Und hier weiter. Oh nein! Hab dich Arschloch! Mach ihn kalt! Halt dich fest! Nein! Scheiße! Wie verschlägt mich ihn einfach? Was willst du von mir? Was soll ich... Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Messer ins Knie! Fuck! Fuck! Jetzt zieh mich an! Sieh her! Ich hol dir die verdammte Kniescheibe raus! Das Mädchen! Sie lebt! Sie ist Davids neues Spielzeug! Wo? In der Stadt! In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frakel doch! Na los! Ich lege nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Uh! Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch? Ich bin infiziert! Genau da! Roll den Ärmel hoch! Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit! Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt! Die will uns nur verarschen! Für mich sieht's verdammt echt aus! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Und ich bin infiziert! Herzlichen Dank für's Zusehen! Ich drück dann auf Pause! Schreib gerne meinen anderen Projekten vorbei! Und dann hätte ich gesagt… Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018